Ich trinke, als ob ich die ganze Tabasco-Flasche trinke, Digga. Du hast uns auch gesagt ganze Zwiebel. Ja, aber Zwiebel ist was anderes als Tabasco. Bruder, warum ist Zwiebel was anderes als Tabasco? Ja, sag doch warum. Okay, Chat. Chat, passt auf. Ich trinke niemals die ganze Flasche, Digga. Nicht für 500 Euro. Digga, Leute, das hier ist das ganze Ding, okay? Tu nicht so, als wär's wenig, du Kek, man. Digga, das riecht schon echt streng. Ja, Digga, es ist Tabasco, man. Ist nicht dazu gedacht, dass es duftet nach Lavendel. Ja, komm, Schottglas, Schott, als würde ich mir Schott gönnen. Wir haben Horrorstream. Habt ihr vorher geschüttelt? Nee. Ja, ich bin der Tabasco-König. Ey, okay, Leute, wir geben ihm einen Schott. Ich fände es nur fair, wenn Albi auch fast kotzt. Aber Digga, Zwiebel ist was anderes als Tabasco. Ey, komm, einen Schott, einen Schott, einen Schott, einen Schott. Ich schüttel schon mal. Guck mal, Leute, ich schüttel. Hört ihr das? Wisst ihr, Burak ist so einer. Ich glaub, so funktioniert Tabasco. Komm, gib mal her. Ich will das gar nicht. Burak soll machen. Bis zum Strich, bis zum Strich. Burak, tu mal Tabasco getroffen. Ausreden, ihr habt gehört, ist gesund. Es geht wieder nicht, Lord. Popolock blutet jetzt schon. Es funktioniert wieder nicht. Okay. Nein. Digga. Boah, das riecht so streng. Boah, das riecht so streng. Boah, das ist immer gut. Digga. So, die deutsche Community werden wir nicht ganz. Ich bin Coach Albi, Mann. Heute als Einhorn-Albi. Das riecht streng. Riecht mal dran, Alter. Boah, Digga, Silvie. Digga, hier duscht es richtig nach Silvie, Digga. Bäh. Wissen Sie, wie das riecht, Alter? Das riecht wie diese dörnerscharfe Soße. Trink, Digga, trink. Digga, so riecht doch nicht dörnerscharfe Soße, Alter. Nein, Mann. Bist du blöd, Alter. Trink, trink. Mach den nicht schräg, ich freu mich. Nein, ey, aber guck mal. Guck mal, wisst ihr, Leute, es gibt Schärfe, die spürt man manchmal gar nicht. Und dann gibt's Schärfe, Digga, die dich in anderen Planeten beamt. Und ich hab, ich hab keine Ahnung, wie sch... Ich zumele meine Zunge ein bisschen. Twitch-Mods. Twitch-Step-Files-Desit ist nicht Selbstverletzung, Digga. Ich mag, ich mag, ich mag Tabasco, Digga. Can't wait. Wait. Machst du nur Zunge? Erstmal Zunge, ich muss Feeling ans Ufer ran tasten, Digga. Das ist wie, wenn du ins Wasser gehst, wie viel, und dann ist dir kalt, und dann gehst du wieder raus. Oh, ja, oh, spürt man schon auf, Digga. Warum halt? Warum halt? Halt den Mund. Wenn du magst, du machst den Mund rein. Teller. Teller. Nein, 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 nein. Digga. Digga. Warte, Digga. Man muss... Guck mal. In der Ruhe liegt die Kraft, Digga. Zum Beispiel, wenn du aufs Klo gehst, Digga, machst du auch schön gemütlich. Nein, nein. Fünf, vier, drei, zwei, eins, let's go, Baby. Oh, wirklich? Digga, wenn du kotzst, du bist auf mich zu schaffen. Digga, wenn du kotzst, du bist auf mich zu schaffen. Digga, hat er schon gemütlich. Digga, hat er schon gemütlich. Der hat er schon gemütlich. Oder? 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 Und? 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 Sein Gesicht... Sein Gesicht... Sein Gesicht... Sein Gesicht... Digga, Leute... Digga, Leute, ich... Digga, Leute, ich kann... Digga, Leute, ich kann mich... Blut, ja, Blut, ja, Blut. Komm, drüber. Komm, drüber, komm, drüber, komm. Komm, drüber. Komm drüber. Im Magen... In meinem Magen, Digga. Im Magen ist am schlimmsten. Digga, alter hat man lanker Augen. Warte, die Schärfe ist nicht, die Schärfe ist nicht das Schlimme, Magen, Digga, ist schon heiß, jetzt ist es noch ein bisschen heißer geworden hier drin. Im Magen, weißt du, wie sich das anfühlt? Im Magen ist es am schlimmsten, nicht das Brennen, das Brennen geht, Tabasco, schmeckt echt scheiße, aber Digga, Magen, man spürt richtig Tabasco, wie auf dem Hals, runter durch die Speiseröhre, im Magen chillt. Die Frage ist, die Frage ist, haltet es mein Magen aus? Es blubbert, ich spür's, es ist heiß Digga, das ist aber nicht ein angenehmes Hals, wisst ihr, was das für heiß ist? Digga, das war ja, 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 Kennst du das, wenn du duschen gehst Digga, du nimmst Duschkopf, er ist turbo kalt, dann machst du ein, dann bewegst du ein Millimeter, turbo heißt es dir, ungefähr so fühlt es gerade in meinem Magen an Digga, add twitch stuff, add twitch stuff, Gönnung Digga, das ist mein Kink, auf das steh ich. Ich weiß nicht, ob man es an meinem Kopf sieht, so ein bisschen, bisschen Farbe, bekommt mittlerweile mein Gesicht auch. Du weißt super scharf, Alter. Ey Leute, nicht wundern, ne, wir sind nicht bei unseren normalen Streaming-Setups, so da kann, immer mal sein, dass der irgendeine kleine Streaming passt oder so. Bei mir nicht, ich bin Premium-Qualität. Stimmt, du hast bei deinem Streamen eh nix. Äh, okay, why toxic, man? Schau mal, du bist toxic, guck mal, das Game hat nur nicht mal gestartet, du flamst mich schon und willst Gangs. Das stimmt, Alter. Oder geblubuffs, sonst kriegst du keine Donation. Nur, ich donate dir enemy Double Buffs. Auf einmal kann der Albi donaten. Der redest doch so mit deiner Freundin? Nein, Mann, meine Freundin ist Prinzessin. Dass das aus seinem Mund kommt. Das war so voll unerwartet. Ich, 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 sie schaut geradezu, passt auf, dass er keine Scheiße sagt. Guck mal, wir machen Ausflug in Japan, gell, ich weiß jetzt schon, ich werd nur so Lucasband. Hä, ich, ich weiß so oder so schon, ich werd mit dir nicht zusammenspielen. Ja, weil du hardstuck bist, Mann. Ich? Alter, Albi wollen wir den Leuten erklären, was gestern passiert ist. Boostiv, Digga. Wollen wir Geschichtsstunde machen? Ey, ich liebe es. Ich hab dir Bock auf Storytime. Ich liebe es, wenn die beiden, äh, sich flamen, Alter und ich häng hier mit meinem Gold 1 Elo gerade und denk mir so, ja okay. Digga, du low elo Ass, Mann, du hast dir sowas nur nix zu sprechen. Was hast du gesagt, Albi hat gerade Orgasmus gehabt? Ja? Oh, loo, ich hab gantet. Ey, wo ist denn der Wully Bear überhaupt? Warum spiel ich Vega? Stimmt, ich dachte, ich bin gegen Velcroz. Blur, der Wully Bear macht Running Get Down auf deinen Kopf. Ey, warte, ey, gankt der mich? Hallo? Ne, 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 tut er nicht. Er weiß genau, wenn er mich gankt, ich mach Double Kill. Macht ihn doch kaputt! Ah, der ist den Def, was soll ich sagen, Alter. Der hat Albiereke verliert. Ey, ich bin tot, nice, top diff. Keiner kommt drauf. Kann ja trotzdem top diff sein, ne? Ey, Macaroni, Wully Bear kommt von top side. War da gankt der mich jetzt? Ohuh, digga long. Ahhhhhhhhhhhh Ey, mit SS, Bot SS? Mit Diffidus? Pass auf, Velcos SS Ey Leute, Velcos ist Mist, habt ihr gehört? Ahhhhhhhhhhh Hab ich in den Chat geschrieben oder nicht? Liga, ich hau dich noch Ich komm, ich, ich turn off Woli Ey, er hat kein Flash, er hat kein Flash Oh, er hat kein Flash Ohhhhhhhh Junge, ich kann nix anderes außer schnell auf ihn zulaufen Ich dachte er hat keinen Flash du Pisser Ja aber jetzt hat er doch Flash Ahhhh, mit Mein Gott, Alter. Jungle-Div, Alter. Hä? Er hatte doch keinen Flash? Chat. Chat. Ey, warte mal. Wo ist mein Blue-Buff, Albi? Das ist mein Blue-Buff. Du kriegst... Also in meiner Art, ich hatte nur drei Hirnzellen. Ey, Leute. Also jetzt no joke, ne? Bist voll krass, wie Rek'Sai einer der Top-Tier-Jungler sein kann und Albi ihn balanced aussehen lässt. Sie balanced aussehen lässt. Ich bin bester Rek'Sai, eu bester Blümel. Bruder, auf welchem Server? Nee, letzte Season, Digger. Schau mal, der Win-Rate. Burak, bald Japan. Er fragt sich immer 2K-Games, den kleinen Hearthstuff. Und trotzdem mit dir beendet. Nein. Komm mal, Bot ganken, ich hab Ult jetzt. Ich hab Flash auf. Ja, go. 15 Knoten. Nein, ich komm nicht. Ja, komm jetzt, Alter. Komm nicht. Ey, warte mal. Mordes Mist. Leute, Mordemove. Mordemove Botzeit. Ja, verpiss dich, Alter. Komm nicht ganken. Das ist mein Kill. Verpiss dich. Ich werde nicht sterben. Ey, Leute, der Mordemove, ich kann nicht folgen. Schöner Assisten, du hattest, by the way. Okay. Guter Gank-Albi, wie immer. Ich bin stolz. Wenigstens mal einer, meinst du? Nein, er hat keinen Assist-Off. Keinen der beiden Kills. Wenn die die jetzt verreckt, ne, werde ich Toxic. Wenn wer verreckt? Der Mordes-Bot, hab ich schon 10 Mal gesagt. Ey, Stream, Stream, findet ihr das nicht Toxic, dass du mich Permaflame? Ich opfer mich! Ey, 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 was zu opfern? Ich sag 10 Mal, er ist Bot. Ich hab nicht zugehört, nicht einmal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab einfach nicht gehört, was du mir gesagt hast. Ist okay, ich hab's gesagt, gepinkt. Alles, das ist mir egal. Alles gut, alles gut, Leute. Ich hab halt ein Item fertig, damit bin ich turbo-strong. Ich hab Cool-Lon auf E. 3 Sekunden. Voli-Ber Sport, Voli-Ber Sport, Voli-Ber Sport. Alles Go machen? Ja, go. Ich glaub, wir können die Fighten zwei gegen die Reifen. Ich bin mir ziemlich sicher. Albi-Man, Digga, das war dein erster Gang. Gewöhn dich nicht dran. Ey, ich... Yo! Silphi, Silphi, Silphi. Silphi, Silphi, Silphi. Ja, mach Go. Ja, auf wen soll ich Songs drauf gehen? Der Raum des Alexa Airlines. Boom. Gut gemacht. Okay, halt. Job. Ja, Set ist... Ach, das ist mein Set. Lol. Hab ich das nicht gesehen. Chat, ich liebe euch. Stellt euch vor, ihr müsst mit den zwei spielen. Ihr werdet permanent geflamed, Alter. Das hier sind keine UR Games. Das hier sind Flex-Q-Games. Macht big difference. Boom, Alter. Boom. Wie Albi sagen würde. Ding, bang, boom, Alter. Alter, habt ihr meinen Outplay-Movement gesehen? You gank, Greg? We have no jungler. Ey, you're from YouTube. Alter, ich bin Fame, Mann. Der Pik, die wie immer noch? Ja, die pinkt dich die ganze Zeit. Echt? Digga, wieso wirst du von Silberspielern geflamed? Warte. Das ist schon Next Level. Warte, warte, warte. Sie pinkt dich ab. Weißt du was? Ich schwöre an der, es wird ja, damit die Leute wissen, mein Kampfeswillen ist gebrochen. Und das Team einfach noch mehr. Ey, 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 Moment, Moment, Moment. Wenn noch einer macht, ne, dann ist er 5. Ich hab schon ja, oder? Nein, das nicht. Ja, haha. Okay, ist pre-50, ne? Ist pre-50. Oh, Alter, Leute, macht nicht den. Ich hab kein Ulti, geh weg. Bin ne Einheit mit ihr. Boom, Garten, Alter. An enemy has been slain. Sorry, I am 12. I can't speak to strangers. Ja, komm, Morde, komm. Look, Morde, look, Morde, look, Morde, look, Morde, look, Morde. Bastard, Alter. Ich sag's dir, Mackie, such's wieder. Digga, geh weg, du Pimmel. Soll ich turn, soll ich dir helfen? Ich hab, ja, mach, mach. Was soll ich machen? Sag mir, was ich machen soll. Oh, irgendjemand. Warte, wir gehen barren. Boom. Kein Ding, Bruder. Dafür bin ich da. Guck, guck, guck. Ich hab kein Mana. Ja, ich hab kein Mana, ich hab kein Mana. Warum hast du eigentlich nie Mana? Äh, weil ich kein Blur war. Ey, Jungs. Jungs und Mädels, wir gehen barren. Ey, Macaroni. Ja? Hier, du hast die X-X Convergence jetzt. Mach was draus. Danke. Ich bin Carry, so, pass auf. Böller, deine Autotext durch. Trappen, wir trappen, wir trappen. Okay, wir warten so lang, bis jemand kommt. Oh, das ging jetzt relativ schnell, ne? Ich hab keine Sicht. Bloßbeschwerer, gib mir Sicht. Einmal rausgezogen auf dem Bodi-Bär jetzt. Du bist schon wieder rausgezogen. Ach, halt doch die Klappe, Mann. Go, 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 go. Ich hab Stopwatch. Ja, ich bin raus, ich hab kein Mana. Also, ich hab... Warte doch, ich hab Mana. Egal. Weißt du, Albi, jeder schlaue Spieler würde sagen, komm, lass Objective gehen. Und dann gibt's dich. Bruder, Objective gibt kein Geld. Ach ja, Hackstack-GLP geht dir auf, ihr Ding. Listen, wir invaden Enemy Top-Set, Warden und Gimbarren. Digga, halt die Fresse, Strich. Ich nehm mir jetzt meinen ersten Ruf auf. Albi, als Warden. Nein. Digga, ich geh Split-Push. Okay, 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 okay. Gut, klar, klar. Burak. Ich bin unterwegs. Stell dir vor, Burak wäre hier. Digga, stell dir vor, irgendjemand wäre bei mir. Die Wichse, Mann. Hab ich Blue? Ich hab immer noch kein Blue. Wir gehen in Föhn. Nein, ich geh Base. Okay, gut, lass. Digga, mach doch selbst. Nice. Okay, sollen wir turnen? Okay, sollen wir turnen? Okay, geht. Ich hab keine Ult, ich hab keine Ult. Egal, wir gewinnen das. Trust me. Okay, let's go. Was hab ich da gerade gemacht? Warum chill ich einfach vor ihm rum? Ey, ihr seid tot. Burak, ich hab keine Ult. Burak. Oh, wo kommt der? Schafft der das noch? Digga, Leute, ich stand einfach rum. Ihr seid alle tot. Jetzt kriegen die Nash. Jetzt kriegen die Nash. Mashallah. Ey, ich tilte gleich so hart, Alter. Ja, dass ihr mich hostage hält in diesem Loilo-Game. Was soll ich denn machen? Ihr seid so Wichser, Alter. Ha, Digga, Albi, auf einmal gewinnt's mich ohne mich. Meint der einfach, Albi, du kannst euch mal einfach Surrender-Vote machen. Never Surrender Erranked. Alter, das ist ein schwieriges Game, ist das. Schwieriges Game. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Hätte ich Blue bekommen, hätte ich jetzt schon ein Ende gemacht. Bruder, Silphi, komm ich schon bei dir. Komm, ich geb dir sogar ein Nice. What? Okay. Ich geb dir sogar ein Nice. Wow, komm, Alter, komm, Bruder. Silphi, du dich gegen die Welt. Ich vertraue diesem Genre nicht mehr. Albi, ich schwör's dir, wenn ich jetzt nix in Blue nicht bekomme, ich geh Full-Ad-Wäger. Ja, so. Das wirst du sehen, Digga, ich mein's ernst. Wenn du mit dir nicht gehst, ich geh Full-Ad-Wäger. Kein Problem, Digga, Leute. Alter, Chat, kennt ihr das ja nicht? Mama und Papa streiten, du kannst nichts dagegen machen. Lass's hören, lass's hören, vertraue mir, vertraue mir. Reiiiiin! Digga. Alles entspannt. Guck. So, ich geh base, ja, come on. Digga, wag es nicht, Digga. Albi, ich mein's ernst, wag es nicht. Wärst du mal nicht toxisch, Digga. Komm, mach, 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 wenn du dich traust. Mach, wenn du dich traust. Ich hab Angst, Mann. Okay, 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 okay. Das, und dann das, und dann let's go. Junge, jetzt komm zu mir. Ich geh jetzt rein. Fuck that. Pass auf dich, das ist der Morde ulted, ne? Morde flash. Lushen an mir, Lushen an mir, Lushen an mir, Lushen an mir. Ja, du hast ihn, du hast ihn. Ich hab ihn. Halt sein Maul, Lushen, Alter. Kotz mich jetzt nicht an, Alter. Geht Baron, Baron. Push mit, Baron. Ja, geht dir hin, ich tp. I'm in a ward? No. No smite, no smite, no smite, no smite, no smite, no smite, no smite. No smite. Ey, hört auf, hört auf, hört auf. Okay. Flash ist weg. Aber warte, Wully flashed. Die sind nicht abgehoben, sondern abgestürzt. Wully ist in die Wall, oder? Nein, ist hier nicht. Nice. Easy, Leute. Easy? Ey, du, ich hab immer Mana eigentlich, ne? Gute Idee von mir. Guck mal, Leute. Problem gefixt, Mann. Wir haben nie wieder Mana-Probleme. Wully, ich bin tot, Leute. Er hat mich. Ah, Riff. Warum du Orson-Effekt? Ne, warte, du bist tot. Du musst immer positiv sehen. Weißt gar nicht, warum haben wir dich weitergepusht, eigentlich? Alvin, warum bist du base gegangen? Möder ist fucking gone so. Ne, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ah, jetzt bin ich gone. Garde Marmelade. Gutes Spiel, Leute. Ah, Unlucky. Unlucky. Kann ich noch Reader FFF nehmen? Outro